Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Eisvogel und ich brüte gern an Flüssen. Dort finde ich meine Nahrung, die kleinen Fische. Hier werde ich mit einem Bleistift gezeichnet, sodass mein Gefieder lebensecht wirkt, als wenn man mich berühren kann. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Kanal abonnierst und danke dir fürs Zuschauen.